Musik Diese Fläschchen, die kennen Sie vermutlich, da sind Globuli drin, also die Heilkügelchen der Homöopathie. Die Homöopathie, eigentlich Medizin in einem Zuckermäntelchen. Da schwören ziemlich viele Leute drauf, mehr als die Hälfte der Deutschen nimmt gelegentlich mal Globuli. Und vor 200 Jahren ist die Homöopathie erfunden worden, und zwar von ihm hier, von Samuel Hahnemann. Und seit 200 Jahren wird über seine Lehre gestritten. Denn Kritiker sagen, in den meisten homöopathischen Arzneimitteln ist überhaupt kein Wirkstoff drin, das ist eigentlich Hokuspokus. Was ist also dran an der Homöopathie? Das wollen wir uns heute anschauen. Und wir beginnen bei der Herstellung. Da muss man sagen, dafür, dass da angeblich mit einem Nichts kuriert wird, macht dieses Nichts ganz schön viel Arbeit. Am Anfang ist er noch sichtbar, der Stoff, der einmal heilen soll. In diesem Fall ist es ein Gänseblümchen. Die Mitarbeiterin eines homöopathischen Labors in Augsburg verreibt 60 Milligramm davon mit dem Hundertfachen an Milchzucker. Nach genau festgelegten Regeln. Sechs Minuten verreiben, vier Minuten scharren. Immer wieder. Eine Stunde lang. Danach wird ein Teil dieses Gemisches wieder mit Hundertteil Milchzucker verdünnt und die Prozedur beginnt von neuem. Nach der dritten Verdünnung löst die Laborantin das Gemisch in Wasser und Alkohol auf. Ab jetzt wird verschüttelt und verdünnt. Durch diese besondere Verarbeitung, die sogenannte Potenzierung, entsteht ein homöopathisches Arzneimittel. Seine Wirkung ist nach homöopathischer Lehrmeinung umso stärker, je höher seine Potenzierung ist, also je öfter es verdünnt und verschüttelt wurde. Doch schon nach zwölfmaliger Verdünnung im Verhältnis 1 zu 100 ist rein rechnerisch im Arzneimittel kein einziges Molekül der Ausgangssubstanz, kein einziges Molekül des Gänseblümchens mehr. Wo kein Wirkstoff ist, da kann auch keine Wirkung sein. Das ist das Argumentationsass im Ärmel der Homöopathie-Kritiker. Die sagen, sie können schon gerne Globuli nehmen, sie können aber auch nackt im Wald tanzen und ihre Ahnen beschwören. Letztlich kommt das aufs selbe raus. Etwas freundlicher formuliert könnte man sagen, wenn die Homöopathie eine Wirkung hat, dann ist die bislang mit naturwissenschaftlichen Gesetzen noch nicht zu erklären. Umso erstaunlicher sind dann die Erfolgsgeschichten, die doch für eine Wirkung der Homöopathie sprechen. Sogar bei schweren Krankheiten. Klara Schmidt ist Ärztin, eingefleischte Schulmedizinerin, wie sie selbst sagt. Deshalb wusste sie auch sofort, was es bedeutete, als sie vor vier Jahren einen Knoten in ihrer Brust tastete. Sie war an Krebs erkrankt. Die genaue Diagnose ist niederschmetternd. Sowohl in der Leber als auch in ihrem ganzen Skelett finden sich bereits Metastasen. Klara Schmidt weiß, an Heilung ist jetzt nicht mehr zu denken. Zumindest sind solche Fälle in der Schulmedizin kaum bekannt. Doch dann stößt sie zufällig auf ein Buch. Ein Buch über die homöopathische Behandlung von Krebs. Ja, eine befreundete Apothekerin hat mir das Buch über homöopathische Krebstherapie geschenkt. Und eigentlich habe ich gesagt, will ich nicht lesen, weil ich Homöopathie eigentlich nie für wahrgenommen habe. Und bin letztendlich über die Fälle neugierig geworden, was die Homöopathie angeht, weil da lauter auch schulmedizinisch nicht geklärte Fälle drinstehen. Und habe dann per E-Mail Kontakt mit dem Autor des Buches aufgenommen. Das Buch führt Klara Schmidt an den Lago Maggiore, zur Klinica Santa Croce und zu Dr. Jens Wurster. Drei Stunden dauert das erste Gespräch zwischen Arzt und Patientin, die sogenannte Anamnese. Jens Wurster will alles über sein Gegenüber wissen. In interessieren Lebensumstände, Lebensgewohnheiten, persönliche Krankheitsgeschichte, seelisches Befinden, aber auch Merkmale der akuten Erkrankung. Jede Einzelheit ist für den Homöopathen ein Symptom. Anschließend sucht Jens Wurster das geeignete Arzneimittel. Dabei hilft ihm das sogenannte Repertorium, eine Art Liste mit allen erdenklichen Symptomen und den Substanzen, die diese Symptome kurieren können. All diese Informationen sind das Ergebnis systematischer Versuche. Die Pioniere der Homöopathie untersuchten, welche Symptome die einzelnen Substanzen bei Gesunden hervorriefen. Dann überprüften sie, ob diese Symptome bei Kranken verschwinden, wenn die entsprechenden Substanzen als Arzneimittel verabreicht werden. So entstand das Grundprinzip der Homöopathie. Ähnliches mit ähnlichem Heilen. Jens Wurster wählt das Arzneimittel, das dem Symptombild seiner Patientin entspricht. Er behandelt nicht den Krebs. Er behandelt mit einem Mittel den Gesamtzustand des Menschen. Klassische Homöopathie. Also das homöopathische Mittel kommt in den Organismus und macht da eine Immunmodulation. Das Immunsystem wird auf eine ganz spezielle Weise angeregt, dann zu reagieren. Deswegen denken wir auch, wenn das Immunsystem in die Lage versetzt wird, den Tumor als Tumor zu erkennen, dann kann er ihn auch bekämpfen. So ist es genauso bei chronischen Krankheiten. Es ist was in Unordnung geraten und wir bringen wieder eine Ordnung rein, ein anderes Ordnungssystem und so heilt die Homöopathie. Klara Schmidt setzt trotzdem auch auf eine Chemotherapie. Die kann in ihrer Situation das Leben verlängern, den Tod aber nicht mehr aufhalten. Drei Monate nach Beginn der homöopathischen Behandlung ist bei Klara Schmidt kein einziger Tumor mehr zu finden. Also als man mir die Diagnose oder den Befund erklärt hat, ich war überwältigt, das ist unfassbar, das ist Dankbarkeit, das ist alles in eins, das kann man schlecht erklären. Letztendlich bleibe ich aber immer noch Schulmedizinerin und lebe das auch, aber wenn man sowas erlebt hat, dann macht man weiter mit der Homöopathie. Klara Schmidt will nicht davon sprechen, dass sie nun geheilt sei, schließlich weiß niemand, ob der Krebs wiederkommt. Deswegen nimmt sie weiterhin Medikamente und macht eine individuelle Krebstherapie mit Antikörpern. Aber sie nimmt auch weiter homöopathische Arzneien. In der Klinika Santa Croce schließen sich Schulmedizin und Homöopathie nicht aus. Viele Patienten, die hierher kommen, haben konventionelle Therapien hinter sich. Das Team um Jens Wurster bekämpft mit homöopathischen Arzneien dann vor allem die Nebenwirkungen von Chemo, Bestrahlungs- oder Schmerztherapie. Und sie haben gute Erfolge damit. Daneben sind an der Klinika Santa Croce mittlerweile schon über 100 Fälle dokumentiert, bei denen der Krebs nach einer homöopathischen Behandlung verschwand. Obwohl die Schulmedizin die Patienten schon aufgegeben hatte. Das homöopathische Nichts, das scheint also doch ganz verblüffende Wirkungen zu haben. Wobei man in diesem Fall leider nicht sagen kann, was genau der Patientin jetzt so gut geholfen hat. War es die Homöopathie oder war es doch die Chemotherapie? Wirkt die Homöopathie jetzt oder nicht? Man bräuchte wissenschaftliche Studien, um diese Frage mit aller Klarheit beantworten zu können. Aber genau die sind bei der Homöopathie gar nicht so einfach zu machen. Im Jahre 2005 schien die Homöopathie endgültig entzaubert zu sein. Ein Team von Wissenschaftlern analysierte 110 verschiedene Studien zur Homöopathie. Das Ergebnis dieser Gesamtschau veröffentlichten sie in der renommierten Fachzeitschrift The Lancet. Es war vernichtend. Die Experten fanden keine Belege dafür, dass die Homöopathie besser wirkt als Placebo. Kritiker sahen sich bestätigt. Und für die Herausgeber der Zeitschrift war damit das Ende der Homöopathie besiegelt. Doch ist es wirklich so einfach? Klaus Linde von der Technischen Universität München hat selbst jahrelang an der Homöopathie geforscht. Er weiß, die Heilmethode ist so komplex, dass exakte wissenschaftliche Untersuchungen schwerfallen. Solche Studien sind schwer durchzuführen. Vor allem auch aus homöopathischer Sicht, da die Individualisierung erhebliche Anforderungen stellt für die Durchführung. Und dann werden die auch wissenschaftlich sehr schwer durchzuführen. Dann fehlen dafür natürlich auch die Ressourcen, die Förderung und auch die Erfahrungen mit solchen Studien. Denn es geht ja auch so ein bisschen um die Frage, wirkt Homöopathie insgesamt? Es ist vielleicht nicht mal das Medikament oder nicht ausschließlich das Medikament, sondern es ist vielleicht das Gesamtpaket Homöopathie, das tatsächlich klinische Effekte macht. Auch die Negativstudie aus dem Jahr 2005 hatte erhebliche Schwächen. Das daraus abgeleitete Ergebnis ist deshalb nach Meinung von Klaus Linde nicht haltbar. Von den 110 Untersuchungen zur Homöopathie wurden nur die acht größten statistisch ausgewertet. Viel zu wenige. Die Gründe dafür bleiben bis heute undurchsichtig. Hätten Sie beispielsweise 14 Studien, wie es in der Reanalyse dann nochmal passiert ist, eingeschlossen, dann wäre das Ergebnis positiv gewesen. Das zeigt, dass auch dieses Ergebnis jetzt kein eindeutiges ist, sondern nur eben zeigt, dass es keine eindeutige Beleglage zugunsten der Homöopathie im Vergleich zu Placebo gibt. Trotzdem, die Schlussfolgerung, dass Homöopathie nicht wirkt, bestimmt bis heute die öffentliche Berichterstattung. Obwohl inzwischen auch viele wissenschaftliche Studien sagen, Homöopathie wirkt. Ursprünglich hatten auch hier die Mediziner starke Zweifel daran. Am Universitätsspital Bern. In einer Studie wollte ein Team um Maja Steinlin untersuchen, ob Homöopathie bei Kindern wirkt, die an ADHS erkrankt sind, also unter dem Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom leiden. Mitbeteiligt an dieser Studie war der Kinderarzt und Homöopath Heiner Frei. Er sollte die teilnehmenden Kinder und Jugendlichen homöopathisch behandeln. Die Auswahl der Patienten findet am Universitätsspital in Bern statt. Mit verschiedenen Konzentrations- und Wahrnehmungstests stellen die Mediziner den Schweregrad der Erkrankung fest. Über 80 Kinder und Jugendliche nehmen schließlich an der Studie teil. Alle sind etwa gleich stark von ADHS betroffen. In einer ersten Studienphase versucht Heiner Frei, das jeweils passende homöopathische Arzneimittel für die Kinder zu finden. Nicht immer klappt das auf Anheb. Bei einigen Patienten zeigt sich erst nach dem dritten Präparat eine Besserung. Insgesamt kommen bei den Kindern etwa 17 verschiedene Substanzen zum Einsatz. Ihre Wirkung zeigt sich überdeutlich zum Erstaunen der Ärzte an der Universität Bern. Also in dieser ersten Screeningphase konnten ganz klar die Symptome der Aufmerksamkeit sowohl in den Fragebogen, die wir den Eltern gegeben haben, als auch in unseren neuropsychologischen Tests, die wir am Schluss dann noch durchgeführt haben, signifikant und deutlich vermindert werden. Danach beginnt die eigentliche wissenschaftliche Untersuchung. Eine Gruppe der Patienten bekommt vier Wochen lang nur ein Placebo, ein Scheinmedikament. Die andere Gruppe das echte homöopathische Arzneimittel. Anschließend wird die Behandlung der beiden Gruppen vertauscht. Weder Arzt noch Patienten wissen, wann Placebo oder echtes Mittel verabreicht wird. Schließlich bekommen alle wieder die echte Arznei. Regelmäßig ermitteln die Mediziner, wie sich Symptome und Erkrankungen der Patienten in dieser Studienphase verändern. Das Ergebnis ist wiederum verblüffend. Wenn wir hätten mit dieser Studie beweisen wollen, dass Homöopathie nicht wirkt, dann wären wir ganz klar gescheitert. Und dann müssten wir sagen, das kann man mit dieser Studie nicht beweisen. Sondern man muss eher sagen, wir haben Anhaltspunkte dafür, dass diese Homöopathie doch wirkt. Trotzdem bliebe die Frage offen, ob das Arzneimittel, das Arzt-Patienten-Verhältnis oder andere Faktoren gewirkt haben, meinen die Unimediziner. Für Heiner Frei ist die Antwort klar. In der Regel geht das so, dass wir nicht gerade beim ersten Versuch das richtige Arzneimittel finden, sondern manchmal zwei, drei oder vier Arzneimittel hintereinander geben. Und wir haben gesehen, dass die vorausgehenden Arzneimittel, die haben kaum etwas bewirkt, obschon da meine Zuwendung immer genau gleich war, währenddem dann das bestpassende Arzneimittel einen Sprung in der Besserung gemacht hat, der hochsignifikant war. Das ist eigentlich der Beweis, dass es nicht meine Zuwendung ist, sondern eben das Arzneimittel. Eines ist mit dieser Arbeit aber auf jeden Fall klar geworden. Homöopathie lässt sich mit exakten wissenschaftlichen Methoden erforschen. Es ist nur nicht einfach. Von dem Ergebnis motiviert versuchten die Mediziner, die Studie ebenfalls im Lancet zu veröffentlichen. Die Prüfer der Zeitschrift aber lehnten ab. Wir hatten dann nach zehn Tagen den Bescheid, die Arbeit ist sehr gut, aber sie ist nicht geeignet für unser Journal. Unsere Leser wollen anderes. Offensichtlich wollen die nicht, dass Studien mit einer positiven Wirkung der Homöopathie veröffentlicht werden. Fünf Jahre nach der Studie steht fest, fast 90 Prozent der ADHS-Patienten nehmen weiterhin nur homöopathische Arzneimittel oder können auf eine Behandlung ganz verzichten. Die übrigen stiegen wieder auf konventionelle Medikamente um. Bei ihnen verschlechterten sich die Symptome. Leider sind nur wenige Studien zur Homöopathie so gut gemacht wie die ADHS-Studie aus der Schweiz. Deswegen können Kritiker auch weiterhin behaupten, die Wirkung der Homöopathie beruhe einfach nur auf einem Placebo-Effekt, also auf Einbildung, wobei auch das nie wirklich untersucht wurde. Dafür könnte man sich zum Beispiel mal anschauen, was eigentlich passiert, wenn Tiere homöopathisch behandelt werden. Weil Tiere können sich ja eigentlich nichts einbilden, oder? Tatsächlich ist die Homöopathie in der Tiermedizin weit verbreitet. Deutschlands meistverkauftes Rinderfachbuch zum Beispiel wurde von einer Homöopathin geschrieben. Und die haben wir besucht im Chiemgau. Vor 20 Jahren begann Birgit Gnadl, die Kühe auf ihrem Hof homöopathisch zu behandeln. Zu oft waren die Tiere krank, hatten Entzündungen am Euter. Zu oft musste der Tierarzt Antibiotika geben. Angeregt durch eine wissenschaftliche Studie, befasste sie sich immer intensiver mit der Homöopathie bei Tieren. Mittlerweile bildet sie Milchviehhalter in ganz Deutschland und in Österreich darin aus. In Bio- und in konventionellen Betrieben. Auf dem Hof von Johann Wimmer im Chiemgau stehen 110 Tiere im Stall. Seit drei Jahren setzt er auf Homöopathie. Ich war da früher eigentlich, sag ich mal, eher ein bisschen skeptisch, muss ich ganz ehrlich sagen. Und hab's aber dann doch eingesetzt, weil wir über Schwierigkeiten mit der Kühe gehabt haben, mit der Alta ein bisschen. Ich muss ganz ehrlich sagen, der Erfolg war eigentlich dann für mich positiv. Überraschend. Darum setzen wir's einfach nach wie vor ein. Und vielleicht auch, sag ich mal, das Antibiotika im Betrieb stark zu reduzieren, was möglich ist. Johann Wimmer braucht heute 95 Prozent weniger Antibiotika auf seinem Hof. Viele seiner Kollegen haben ähnliche Erfolge. Ist das nun ein Hinweis auf die Wirkung homöopathischer Arzneimittel? Oder ist alles nur ein Placebo-Effekt? Tatsächlich gibt es Untersuchungen, die einen Placebo-Effekt auch bei Tieren nachweisen. Meist handelt es sich dabei um einen Lerneffekt. Die Tiere erfahren wiederholt, dass es ihnen nach einer bestimmten Behandlung besser geht. Sie verknüpfen Behandlung und Wirkung und speichern beides im Gehirn ab. Schließlich reagieren die Tiere auch dann mit einer Besserung, wenn sie nur eine Scheinbehandlung, ein Placebo, bekommen. Wenn bei den Tieren von Johann Wimmer oder auf den vielen anderen Höfen ein Placebo-Effekt wirken sollte, dann müssten die Kühe die Chance haben, den Effekt der Heilbehandlung zu erlernen. Einige Arzneien werden auf den Höfen aber nur vorbeugend gegeben. Die Kühe sind in dem Moment nicht krank. Sie können also auch keine unmittelbare Gesundung mit der Behandlung verknüpfen. Ein Lerneffekt ist damit ausgeschlossen. Wenn akute Beschwerden vorliegen, behandelt Birgit Gnadl die erkrankten Stellen direkt. Aber auch dann gibt es für die Tiere keine Möglichkeit, Behandlung und Wirkung zu erlernen. Erlernen ist grundsätzlich in dieser Situation nicht möglich. Es wird nur eine einmalige Gabe verabreicht für bestimmte Erkrankungen, je nachdem. Meistens nur eine einzige Gabe. Und die Tiere kriegen das häufig einfach gar nicht mit, wenn sie was verabreicht kriegen. Die merken das gar nicht. Also ist Erlernen in diesem Sinne nicht möglich. Mittlerweile hat Birgit Gnadl die Homöopathie auch schon zu anderen Nutztieren gebracht. Im letzten Jahr legten die 18.000 Hühner von Bernhard Hennes Eier mit viel zu weicher Schale. Viele zerbrachen, während sie sortiert oder verpackt wurden. Nach der Gabe eines homöopathischen Medikaments über das Trinkwasser änderte sich das. Innerhalb von vier Tagen produzierten fast alle Hühner wieder Eier mit robusten, harten Schalen. Ein kollektiver Placebo-Effekt bei 18.000 Legehennen, ausgelöst durch die Fürsorge von Bernhard Hennes und erlernte Erfahrung. Ja, das setzt dann seitens Bauer Hennes schon eine sehr, sehr große Liebe voraus. Wir halten jetzt einfach mal fest, es gibt Beispiele bei Mensch und Tier, bei denen die Homöopathie tatsächlich funktioniert. Die Gegner, die rücken von ihrem Prinzip keine Wirkung ohne Wirkstoff aber trotzdem nicht ab. Da scheint die Logik der Zahlen einfach übermächtig zu sein. Eine Verdünnung im Verhältnis von 1 zu 100. Und das zwölfmal nacheinander. Das ergibt dann 1 zu einer Quadrillion. Das ist das hier. Das ist eine 1 mit 24 Nullen. Rein rechnerisch ist danach dann kein einziges Molekül der ursprünglichen Heilsubstanz mehr enthalten. Wie bringt man das jetzt zusammen, die Zahl und die Erfolgsgeschichten der Homöopathie? Kann tatsächlich etwas wirken, in dem kein chemischer Wirkstoff mehr enthalten ist? Ein spektakuläres Experiment legt das tatsächlich nahe. Wasserlinsen. Die Schwimmpflanzen sind sehr sensibel. Sie reagieren sofort und messbar auf geringste Mengen von Schadstoffen im Wasser. Deshalb werden sie in Umweltlabors eingesetzt, um Verschmutzungen von Bächen und Flüssen nachzuweisen. Hier, am Forschungsinstitut für biologischen Landbau Fibel, im schweizerischen Frick, erfüllen sie aber einen ganz anderen Zweck. Der Physiker Stefan Baumgartner und der Umweltbiologe Tim Jäger wollen der Frage nachgehen, ob die sensiblen Pflanzen auch auf hochpotenzierte homöopathische Arzneimittel reagieren. Obwohl die Heilsubstanz dabei so stark verdünnt wird, dass kein einziges Molekül mehr von hier übrig ist. Um eine Antwort auf diese Frage zu bekommen, vergiften die Forscher die Wasserlinsen mit Arsen. Sie machen die Pflanzen krank. Nur dann kann eine homöopathische Arznei auch beobachtbare Wirkung zeigen. Eine kleine Menge Arsen genügt und die Wasserlinsen wachsen schlechter. Wir hatten das in Vorversuchen getestet. Wir hatten verschiedene Substanzen verglichen und dann gesehen, dass das Arsen den Vorteil hat, dass es sehr gleichmäßig wirkt. Also, dass die Schädigung sehr homogen ist. Und durch die Anwendung von dem Arsen wird das Wachstum dann deutlich gehemmt, sodass man wirklich sagen kann, dass die Wasserlinsen dadurch eindeutig quasi krank sind. Dann der Test. Die Forscher füllen die homöopathische Arznei Arsenicum Album in unterschiedlichen Potenzen in verschiedene Bechergläser, sozusagen als Gegengift. Daneben füllen sie aber auch reines, unbehandeltes Wasser ab, als Placebo. Wann sie welche Lösung verwenden, wissen die Forscher zu diesem Zeitpunkt nicht. Die Gläser sind nur mit einem Code markiert. Danach verteilen die Forscher die kranken Wasserlinsen auf die unterschiedlichen Bechergläser. Von nun an wachsen manche in reinem Wasser weiter, andere in einer bestimmten Potenz des homöopathischen Arzneimittels. Bis zu einer Verdünnung von 1 zu einer Quintilliarde, das ist eine 1 mit 33 Nullen, kommt es zum Einsatz. Schon eine milliardenfach geringere Verdünnung würde dem Verhältnis von einem Tropfen zum Volumen des Atlantiks entsprechen. Rein naturwissenschaftlich gesehen wird ab einer bestimmten Verdünnungsstufe nur noch Wasser mit Wasser verdünnt, sodass man in höheren Potenzen überhaupt kein Arsen mehr drin hat. Und trotzdem haben wir auch bei diesen Hochpotenzen von Arsen noch Wirkungen in unseren Experimenten beobachtet. Während der sechs Tage im Wachstumsschrank dokumentieren die Forscher regelmäßig, wie die Wasserlinsen wachsen. Sie fotografieren sie und eine Software vermisst dabei jeweils Anzahl und Größe der Blätter. Die statistische Auswertung der Messungen zeigt, es gibt keinen Zweifel. Auch die Hochpotenzen wirken gegen die Vergiftung. Die Pflanzen reagieren darauf. Sie wachsen darin viel besser als die Pflanzen, die nur mit Placebo behandelt wurden. Irgendeine Information von diesem Arsen muss in diesen Präparaten drin gewesen sein, sonst hätten die Pflanzen nicht darauf reagiert. Obwohl eben rein stofflich, chemisch, mathematisch kann von der Ausgangssubstanz nichts mehr drin sein. Wie das naturwissenschaftlich zu erklären ist, ist für mich noch völlig offen. Ich denke, die Naturwissenschaft steht da wirklich an einer Grenze sozusagen ihres Wissens. Noch ist der Versuch von Stefan Baumgartner und Tim Jäger von keinem anderen Institut wiederholt und bestätigt worden. Die Forscher suchen nach einer solchen Möglichkeit. Sie selbst haben ihr Ergebnis mehrmals überprüft. Die Heilung der Wasserlinsen, die ist unerklärlich. Es hat sogar was Magisches. Und Wissenschaftler tun sich mit der Magie ja traditionell eher schwer. Trotzdem, viele Ärzte in Praxen und Krankenhäusern setzen die Homöopathie tagtäglich ein. Und auch dort wird ihre Wirksamkeit wissenschaftlich untersucht. Und zwar mit eindeutigem Ergebnis. Seit über 15 Jahren gibt es an der Haunerschen Kinderklinik in München das Modellprojekt Homöopathie. Sigrid Kruse leitet es. Auch sie ist studierte Schulmedizinerin. Zur Homöopathie kam sie durch das Erleben, wie sie sagt. Und dank ihr haben auch Patienten in der Klinik und ihre Kollegen die Möglichkeit, Homöopathie zu erleben. Wir setzen die homöopathischen Arzneien meist begleitend ein. Dort, wo wir an die Grenzen der konventionellen Medizin stoßen, wo wir wenig Möglichkeiten haben. Ich erinnere mich zum Beispiel an einen Jungen in der Kinderkardiologie. Der hatte wahnsinnigen Juckreiz, immer anhaltend, schon seit Wochen. Wir hatten verschiedene Medikamente schon eingesetzt. Nichts hat geholfen. Und dann unter der homöopathischen Behandlung ist dieser Juckreiz innerhalb kürzester Zeit verschwunden. Was viele überrascht hat, aber uns alle natürlich sehr gefreut hat. Mittlerweile gibt es tatsächlich einige große Studien, die den Erfolg der Homöopathie im medizinischen Alltag belegen. Bei Kindern und bei Erwachsenen. Vor allem Patienten mit chronischen Erkrankungen profitieren demnach enorm. Die Homöopathie hilft den Patienten mindestens so gut wie die konventionelle Medizin, sagen die Untersuchungen. In der Versorgungsforschung, dort untersuchen wir die Homöopathie unter realen Bedingungen, wie sie in der Wirklichkeit auch eingesetzt wird, als Ganzes. Dort sehen wir gute Erfolge und dort wird die Realität gemessen. Bei Sigrid Kruse häufen sich mittlerweile die Anfragen anderer Kliniken. Die wollen wissen, wie Homöopathie in den klinischen Alltag integriert werden kann. Kruse selbst wird heute auch regelmäßig in die Kinderkardiologie der Münchner Universitätsklinik Großhadern gerufen. High-Tech-Medizin trifft Homöopathie. Es scheint, als ob Schulmedizin und Homöopathie zusammenwachsen und sich gut ergänzen könnten. Eine wissenschaftliche Forschung, die der homöopathischen Praxis wirklich gerecht wird, steht mehr oder weniger noch am Anfang. Aber die Erfolge der Methode, auch wenn sie noch nicht erklärbar sind, die sind schon lange zu beobachten. Seit der Entdeckung der Homöopathie. Vor 200 Jahren. Es steckt also ordentlich Zündstoff in den kleinen, zuckrigen Kügelchen. Wir haben gesehen, es gibt genügend Hinweise, dass die Homöopathie tatsächlich wirkt. Aber warum das eigentlich so ist, das hat bislang noch niemand herausfinden können. Jetzt wäre es natürlich sinnvoll, wenn die Homöopathie und die Schulmedizin diesem Rätsel gemeinsam auf den Grund gehen würden, statt sich wie auf dem Schulhof zu kloppen. Eigentlich gilt ja, wer heilt, der hat recht. Und letztendlich gibt es da auch noch erstaunliche Parallelen zwischen der Homöopathie und dem Fernsehen. Denn auch da wird der Inhalt verdünnt und mit mehr oder weniger Zucker überzogen. Und manchmal wirkt es sogar. Mehr von dem guten Zeug gibt es bei uns auf unserer Homepage und natürlich auch in unserer nächsten Sendung. Ich sage, bis dahin.